ARD Text im Auftrag von Funk 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 er wird für den Städten greift werden wieder hart er braucht oder gebraucht wird ausgerüstet die wir wollen der Konzerne das ist Schluss und wieder runter oder könnte es möglich wäre es auch ich wüsste aber nicht wo ja nicht da nicht wenn überhaupt wird es in transformator um sinn machen näher auch nichts wir gehen runter wenn dann haben wir es verpasst da ist ja das wiesenvieh gewesen du bist so albern Mario ok zu heute finden wir noch eine dritte waffe um und warum unter der auf das und hier den Träger und den was er nie in dem Spiel siehe Munition in der Ecke Ja, es ist... Hallo, hallo? Hier ist auch alles... Ja, alles gefunden. Jetzt müssen wir jetzt jetzt mal gucken. Jetzt hab ich schon fast erschocken. Jetzt müssen wir gegen dieses fette Vieh kämpfen, ne? Ich hab mich unvoll gefreut, weil es da waren so ein paar Wesen. Ich mein, selbst diese Wandkrabbel, die sind schlimm, ne? Aber ich mein, die siehst du ja. Und da können die aus jeder scheiß schmutzigen Ecke kommen, ey. Ich find, Zombies... Das ist nicht der richtige Ort für Zombies. Also... Kalisation, das ist nicht der richtige Ort für Zombies. Verdammt. Da ist auch alles rot. Ja, Turmstecker, wir müssen den eigentlich mitnehmen, oder? Wir können den doch jetzt mitnehmen, oder? Wir können den jetzt mitnehmen! Ich glaub, es hackt, ne? Oh, wir nutzen die nicht für das Riesenvieh. Dafür haben wir ja die Meg. Ne, Meg. Wir können die jetzt mitnehmen. Stimmt. Ich hab mir das gerade was aufgefallen. Ich hab mir das gerade was aufgefallen. Das ist schwer, das ist nicht, bevor er nicht durchkam. da und es ist unverbrauchbar große mit uns schon bei uns ja ich war groß sind also und ich will was die frage sollen wir es jetzt vier schockern und die macht das ist noch spannend ich würde es noch sparen Prozent das war das schon mal Jetzt sehen wir den Schlüssel und gucken, ob das dann aufhört. Schlüssel? Ja, ist weg. Schlüssel können wir dann einsetzen, oder? Ja. Wer wills überleben? Ach so. So. Die Musik ist schon mal nicht so nett. Okay, wir müssen durch in der Dreck links. Ah ja, guck mal, das dieser und das... Wieso glaube ich das Norddeck am Schluss finden wird? Jaja, du hast ja das große Wesen gesehen, ne? Ja. Wir sind nur bis hier gekommen und da war dieses konische Wesen, ne? Dieses kleine aus dem Bauch rausgesprungen. Das heißt, wir müssen gleich wahrscheinlich den ganzen Weg gehen. Das ist da hinten, wo alles rot war, die Tür. Aber wir gehen erstmal... Gucken wir, ob wir mit der Turmfigur, also mit dieser Turmfigur, ob wir das dann alles machen können. Das heißt eigentlich schlicht, schlicht, schlicht. Also durch, direkt. Ja. So, nach links... Und dann links hoch. Mario? Du schaffst das! Ich glaube, fester dich! Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Ok, bis jetzt noch was. Nee. Und einsetzen. Sonst Schlüsse können da geben. Speichern. Ja, speichern. Haben wir doch das Filmband? Nee, das war für die Versteckfotos. Für den Video. Aber willst du das nochmal gucken? Was? Müsstest du den Film nochmal gucken? Also das war das Film. Was ging das dann nochmal? Das war, ich glaube, eines von diesen Wesen, das verändert. So einen großen mutierter Zombie. Ok. So, also. Ähm. Ja, was nochmal. Dame und Turm. Wo haben wir die Dame? Ich nehme gerade erstmal eine Figur noch raus. Ok, wir können mal, das riecht sich schon mal lösen. Oh ne, dahinten kommt ja noch was hin. Was fehlt uns jetzt noch? Die Dame? Die Dame, glaube ich. Wir haben die Dame nicht. Wir haben ein... nicht nebeneinander. Turm haben wir. Springer haben wir. Läufer haben wir. Dann Bauer wird uns hier noch die Dame. Ok. Aber können wir das schon so halbwegs mal machen. Äh. Dame und Turm legen sich gegenüber. Läufer und Dame nicht nebeneinander. Turm und Springer an der Weltwand. Dreh dich mal um. Weil du hast ja auf der anderen Seite hast du ja das Pferd drauf. Den Springer an rechts. Ja. Vielleicht ist das der Ausgangspunkt. Wie war das jetzt? Turm und Springer an der Weltwand. Das heißt, irgendwo da müsste noch der Turm hin. So, Dame und Turm legen sich gegenüber. Läufer und Dame nicht nebeneinander. Das heißt, der Turm muss hier sein. Der Läufer und Dame nicht nebeneinander. Ja. Das heißt, hier kommt die komplizierte Läufer hin. Äh, warte, 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 warte. Das macht doch keinen Sinn, weil die Dame muss doch da hin. Dame liegt dem Turm gegenüber. Warte mal. Ja, ne? Dame und Turm legen sich gegenüber. Vielleicht ist das nicht wichtig, ob die so liegen oder nicht. Ich glaube schon. Aber wenn hier der Springer ist, ne? Hier ist der Springer. Kann der Turm ja nicht hier sein, weil wenn die Dame in der Mitte ist, würden sie sich ja... Oder wohl. Ne, ne, ne. Ah, warte mal. Da steht der Läufer und Dame sind nicht nebeneinander. Aber das heißt ja nicht, dass die auf derselben Seite sind. Ja. Das ist so eine Verarsche. Das heißt, der Läufer... Der kann ja auch auf deiner Seite liegen, ne? Das ist aber nur so eine Verarsche, wenn Turm hin. Der Turm kommt jetzt in die Mitte, das ist egal. Gegenüber dann die Dame. Ja, und der auf der anderen Seite dann auch noch ein Bauer. Das heißt, das kann auch nicht sein. Das kann ja auch nur so eine Verarsche sein. Man denkt so, weil sie nicht nebenan liegen, müssten ja an der selben Seite sein und dann... Ach, Mann. Das ist nur ein Prank. Okay. Also müssen wir jetzt noch mit. Ich bestimmt... Ich wette mit dem... Ein Versteck ist bestimmt eine von den beiden Figuren noch. Das kann man sagen, mit dem Radio, ne? Ja. Okay. Äh... Jetzt müssen wir also durch, ne? Durch diesen einen Raum. Ja. Ja. Ich bin... Ähm... Warte mal. Geh auf den Raum. Die Figuren hast du die... Die jetzt gesetzt, wie du die da hingesetzt hast, oder? Ja, ja. Okay. Ich merke, dass ich das auch cool. Ja, 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 das... So hab ich hingesetzt. Und das Ausrufezeichen da hinten bei der letzten Figur? Hm, wahrscheinlich kommt dann die Tür da durch oder so, oder? Hier die Tür? Ja, das ist die Tür hier. Ach so, okay. Könnte ich mir vorstellen. Hier können wir nichts machen. Nach oben können wir... Weiß ich nicht mehr, wie wir hinkommen. Na, ich... Na, oben dann. Kanal, die Treppe. Ah, ne, warte, das ist oben und unten. Ne, das passt nicht. Da muss er irgendwie noch in die Mitte kommen. Ach, keiner. Ich geh jetzt einfach mal... Wir gucken uns einfach an und... Weil gespeichert hab ich ja gerade und... Okay. Sonst wird's da hinten runterspringen. Mario ist für mich da. Er... Er hält mir die Hand. Ja. Ja. Wir haben drei Granaten, ne? Ja. Also... Ihr willst jetzt in den Gang auf das Vieh werfen? Nein, ich will erstmal gucken, was da passiert. Und wenn das... Wenn das sich bewegt... Spam ich einfach Granaten drauf. Einfach... Wild, los. Okay. So. Okay. Er ist runtergegen. Ah. Wie machst du das? Mit 1 und 2. Hier steht... 2... Ja, aber hier hast du ja auch das Ding gewechselt auf... Mit Leiter hast du gedrückt. Achso, mit Leiter hast du gedrückt. Also guck mal, ob wir durchkommen. Weil ich glaube, wir müssen auf irgendeinen... Vieh schießen und plötzlich, äh... Gibt Probleme oder? Wahrscheinlich kommen wir jetzt einfach von den kleinen Viechern, wir schießen da drauf und dann wecken wir das große Ding auch. Boah, ne. Ah, dann war das Eis kaputt. Ich hab ein bisschen Angst. Ich nehme den Shotgun zur Berührung. Bist du da hoch? Ich schreck mich doch nicht, dass du das plötzlich kannst. Oh mein Gott. Das wird ja immer schlimmer. Äh, die sind... War schon da? Ja, ich kann dann... ...halten. Dann halte dich da mal fest. Dann komm ich mal zurück, glaube ich. Okay. 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 Ah, das ist bestimmt die Brutmutter. Wahrscheinlich spuckt das die ganze Zeit so diese... Ja doch! Ich hab grad grad dein Brut umgebracht, ey. Was willst du laden? Komm her! Hast du den Geraden da hinzuschmeißen oder willst du die lieber... ...ins Bauch stechen? Ja, ich hab da euch kaputt. Jetzt kommt das sinnvollste. Geht da hoch. Ja. Geht da hoch. Ja. Nee. Ich glaub, da kannst du auch wieder hoch, oder? Und da... Das wär geil. Ja. Ja, okay. Ach komm, da mach jetzt weg. Ja. Süder mag Ich hoffe, der schlatt mich dann nochmal. Soll ich es einfach versuchen? Ich hab deinen Brutdurm gebrochen lassen. Und zurück. Füllen wir sie? Nein, das muss man anpassen. Ja! Aber die alte noch nicht. Ja, wie schmeckt das? Würdest du eine Granate hinschmeißen? Nein, ich will das mit dem Maul stopfen. Na, wie schmeckt das? Ich bezweifle das. Das ist ja wohl. Das ist einfach. Soll ich? Zeig mir dein Auge. Scheiße. Zeig mir dein... Ähm... Äh, muss ich... Okay. Ich bin schon irgendwie an der Sitz vorbei. Groß. Oh, ich rede aber darauf zu, dass wir auch hier jetzt. Oh, ich werde da mal vor. Soll das! Oh, ich habe mich hier. Ah, das war, ich komme. Ah, ich war nicht. Oh, ich habe mir das nicht. Oh, ich habe mich hier. Ah, das ist mit mir schön. aber auch so nebenbei bemerkt 22 20 und das ist eine beste nur anzunehmen ja gut dann es gibt kannst du weitermachen eine figur bei HÄH? Hab ich ihn grad genau dicht die Beine geschossen? Turnance! Alter! Turnance! Turnance! HÄH! Das ist so ein Vorratsraum glaub ich, oder was war das? Dann druck mal ein! Vorratsraum! Okay! Oh, hier! Wie ein Blumen! Aber jetzt haben wir keine Granaten mehr! Was war? Willst du mich verarschen? Den neu verbrochen war! Nein, 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 nein! Das ist der König! Das ist der König! Gott sei Dank! Das schon... Den brauchen wir auch noch! Oh Mann! Hier ist die Dame! Ja! Mitnehmen! Da oben ist ein Loch gewesen! Oh! Das war nur das Tor, was du gerade vor dir verschlossen hast! Okay, ich will noch mal kurz da rein! Warte mal! Ich gehe gleich weiter! Ich warte mal kurz zu gucken! Irgendwie berückt mich das mehr, wenn ich jetzt eine Shotgun hab! Nein, ne? Äh! Das ist ein Flammenwerfer? Das ist ein Flammenwerfer! Daddy! Nein! Ich gehe da hinten! Kommt schon Leute! Wenn der nur noch klettern könnte! Nein! Wir sind doch polizist, aber wir können nicht klettern! Nee! Wenn der nur klettern könnte! Ja, dann schick doch mal die Königin da rein. Kommst du vielleicht da hinten rum? Ach, was ist denn da? Alter... Hä? Was? Da bauen wir jetzt den Königin. Ah, den Königin, da kannst du ja die Tür aufmachen. Alter... Wir wachen gleich wieder auf, ist mir scheißegal. Da muss man so ein bisschen aufs Maul gehauen. König? König. Ich weiß, unsklar. Okay. Drück nochmal ein. Ich glaube nämlich, dass der Abschnitt... Ist noch nicht zu Ende. ...bald blau sein darf. Nein, dann sind wir auf ein anderes Seite. Der ist nicht tot. Sag ich doch, weil ich... Was ist das Ausgust? Der kann das sein. Der redet immer noch. Okay, das noch heute noch. Nicht gesund. Jetzt werden wir durchrennen und die Flamme einfach holen. Flamme, 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 Flamme! wu-u-u und ich will ganz öffnen oi 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 hä? ja da Sie können sich an Figur mir knallen, äh, kreuen und ab jetzt aber das Thema auch durch ja sogar sterben ich gehe noch zurück zum Zettel ach so das war ja wir kommen jetzt raus der König Plagg brauchen wir warum willst du nicht mehr der König Dings das ist ja ein Rätsel äh zurück geh doch mal nach links und mach da mal die Dame rein gehst du den König ran machen ja ne die Dame dann gehst du durch die Treppe nach links also gehst du durch die Tür und dann gehst du nach links und dann den König ran gehst du die Dame wieder zurück und gehst da hinten durch ja tadaa voll ausgetrickst du ich stell vor jetzt wirst du noch von Summit verfolgt ja jetzt ist irgendwie den das kraut ich will den Raum blau haben wo ist denn das kraut jetzt? Hä? ja dadurch verdammte scheiße wo ist denn das jetzt? ich glaub das ist unten da halt ja jetzt ist die Karte jetzt ok nein ja vielleicht wegen dem König jetzt ja kann gut sein du musst da schon durch ja 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 jetzt können wir die Tür öffnen hast du grad die Spum gehört? ja das war die Mission Dinger die aufgeplatzt sind an der Seite links Problem ist allerdings jetzt da musst du wieder durch ja ja glaub auf glaub auf ich muss mal gucken was denn die Tür jetzt war ähm flammwerf haben wir nicht umsonst bekommen ne? ja ich glaube aber noch nicht dass der da jetzt zum Allsatz kommt glaub ich noch nicht glaub ich noch nicht oh Gott im Schuss aber den Kleinen kann man mit einem Schuss umbringen das ist schon mal gut kommt sie durch gleich ich keine Ahnung wie wir jetzt wieder durchkommen pass auf das ist einfach mal raus da kannst du auch rein warum ist der rot? wir haben bestimmt hier was übersehen aber ist mir scheißegal ich hab keinen Bock jetzt hier hier groß umzusehen ne? aber nur um zu sehen ne 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 aah das lebt noch 4 ok ok einfach nur hoch da hat sich noch was bewegt? Hab ich gehört. Na egal. Spann dir den Muni, wir wissen nicht, was gleich kommt. Schon bei 30 Minuten? Du verficktest Arschloch! Was kannst du noch nicht mit mir machen? Okay, damit wird das gar nicht gerechnet. Ich will ja nur nach Hause. Okay, wir müssen einen Schott keinen Muni machen, glaube ich. Wir haben nichts mehr. Ich mach den Muni noch und dann... Ja, dann kannst du... Scheiße. Störn. Störn. Zweig ist das... Ja, ich wollte noch mal gucken, was machen wir das eine? Das ist ein Gegend. Gifft. Vielleicht eine geringe Menge. Ich frage mich auch, was für Gift aber... Keine Ahnung. Komm, nehmen wir mal mit. Falls wir mal vergiftet werden, man kennt es. Komm, wir machen uns einfach viele Muschatke. Wir brauchen einfach viel Schott. Ne, der Erfolg. Fünf Schuss, ja, das ist sehr viel, das ist sehr viel. Wär besser als drei, ne? Die zwei Schuss haben wir nur noch für Mr. Raccoon oder so. Ja. Das scheiße. Jetzt soll ich jetzt mal das Rätsel lösen? Ja. Und ich glaube, dann kommt der Flammeber zum Einsatz. Toll. Ah, okay. Mir geht's gut, ich bin gut drauf. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Viel Spaß, tschau. Du hast drei, das viele Steine nichtiert. Ich bin zuerst ein, ich bin zuerst ein, ich bin zuerst. Ich bin zuerst ein, ich bin zuerst. Entschuldigung, ich bin zuerst in der Flammeber. Ich bin zuerst. Du kannst ihn jetzt, ob es um so ein Fremmisch zu machen. Je sehe, dass du jetzt ein, ich bin zuerst. Die Flammeber dazu. Eine clairemente, die Méhreis, ist natürliche, Untertitelung des ZDF, 2020